Hallo, ich bin Ralf Brautitz vom Autohaus Bromeister und möchte euch heute Diesel beauftragen vorstellen. Wir haben hier einen Golf 7 Sportsman. Das Auto ist ausgestattet mit einem 1,5 Liter Benzinmotor mit 96 kW, 130 PS, ist aus Juno 2019 und hat 10.600 Kilometer gelaufen. Bei diesem Fahrzeug haben wir Parkdistanzkontroll vorne sowie Scheinwerferreinigungsanlage und Scheinwerfer mit LED-Tagverlicht. Dieses Auto ist in einem schicken blau gehalten und wenn wir uns das Fahrzeug von der Seite ansehen, können wir schön erkennen, er steht auf Leichtmetallrädern mit Ganzjahresreifen, hat Wärmeschutzverglasung und ab der zweiten Tür ringsherum nochmal eine zusätzliche Eintönung und auf der B-Säule können wir schön sehen, das ist die Ausstattung IQ3. Ja, was viele Leute bei diesem Fahrzeug schätzen ist quadratisch praktisch gut. Das heißt, wir haben gutes Raumverhältnis, wir haben eine hohe Funktionalität bei dem Auto und eine erhöhte Sitzposition, was vielen auch entgegenkommt. Wir werden ja nicht älter, wir werden nur besser. Ja, wenn wir jetzt reinschauen, können wir schön sehen, Kofferraum vergrößerbar durch die umlegbaren Rücksitze. Wir haben doppelten Ladeboden, so dass wir da dementsprechend darunter den Platz auch weiter zur Verfügung haben. Auch hier Parkdistanzkontroll im Heckbereich. Ja, zwischendurch möchte ich einschieben, wenn ihr uns auf YouTube folgen wollt, ihr könnt uns gerne abonnieren. Ihr könnt auch gerne, wenn eure Filme euch gefallen, gerne mal einen Daumen hoch durchgeben, das wird uns freuen. Die Videobeschreibung findet ihr ebenfalls zu diesem Fahrzeug. Weitere Informationen natürlich dann dementsprechend auch auf unserer Homepage www.autohausbohrmeister.de Und jetzt schauen wir uns mal das Auto von Edna an. Kommt mal mit! So, wir sind im Innenraum von diesem Sportram. Wie wir schön sehen können, ein Lederlenkrad unten abgeflacht, auch hier ein bisschen sportiv gehalten das Ganze. Wir haben eine Alu-Pedalerie und Cockpit, dementsprechend auch so leicht in so einer Art Carbon-Design. Wir haben reichlich Ablagemöglichkeiten im Bereich Handschuhfach, Cockpit, Mittelarmlehne. Das Auto ist ausgestattet mit Klimaautomatik. Ist ein DSG, das heißt Doppelkupplungsgetriebe. Und wir haben ein schönes Display hier vorne, über das dementsprechend die ganzen Daten abgefragt werden können. Unter anderem dann, so wie es jetzt gerade zu erkennen ist, auch das Navigationssystem. Also es ist flott gemacht. Schöne Sitze. Man hat viel Platz in der ersten, zweiten Sitzreihe. Man ist vernünftig untergebracht. Auto hat ein Sichtpaket mit Regensensor und automatisch ablandbaren Innenspiegel. Und ihr kennt den Spruch schon, meine Birne leuchtet. Was sagt uns das? Wir haben ein Panoramadach. Erste Hälfte können wir auffahren oder schräg stellen, je nachdem. Also an diesem Auto ist einiges geboten. Und wenn ihr Lust und Laune habt, seid ihr herzlich eingeladen, dieses Auto bei uns zu entdecken, bei einer Probefahrt zu erleben. Wenn ihr Fragen habt, wir sind für euch gerne da und wir würden uns freuen, von euch zu hören. Vielen Dank. Ja, für den Moment bleibt mir nur, mich für eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Es hat mich gefreut, dass ihr uns auf YouTube besucht habt und euch das Video angeschaut habt. Ihr seht hier, auf der Seite, meine Kontaktdaten. Wenn ihr weitere Informationen wünscht, euch das Auto gefallen hat, Dinge, die man jetzt sicherlich in so einem Video in der Kürze der Zeit nicht darstellen kann, würde es mich freuen, wenn ihr mich anruft. Wir sind gerne bereit, Fragen zu beantworten und euch weitere Dinge zu erklären, weil unser Ziel ist es, dass der Kunde zufrieden ist. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ihr seid herzlich eingeladen, uns weiter zu folgen. Ihr könnt gerne unseren Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet, dass ihr dementsprechend weitere Videos von uns sehen könnt und bekommen. Ja, ansonsten für den Moment, wie gesagt, vielen Dank und alles Gute.